Mein Name ist Andreas Hylian. Ich bin Inhaber und Besitzer vom Marktrestaurant Mittenwald. Wir liegen hier in einem kleinen Geigenbauort mitten im Karwendel, massiv nahe der österreichischen Grenze bei Garmisch-Partenkirchen. Diese Ruhe zur Natur oder die nicht vorhandene Alltagshektik gibt einem als Mensch sehr viel Entspannung, wenn man sich darauf einlässt. Kochen ist für mich Handwerk. Ich finde, unsere Aufgabe als Küche und auch als Gastgeber ist es, die Menschen glücklich zu machen mit Essen und nicht mit Kunstwerken. Am Handwerk fasziniert mich am meisten, dass du an sich rein theoretisch jeden Tag oder jeden Moment alles anders machen könntest. Und dadurch hat man täglich einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz. Wer sich traut, was zu kochen und sich auf seine Sinne verlässt und sagt, das schaut gut aus oder das schaut schmackhaft aus, da kommt immer was Gutes raus. Ich denke, so gut wie zur Zeit hat man in Deutschland Flächendecken noch nie gegessen. Ich denke, so gut wie zur Zeit, die wir hier sind.